Die Einzige, die sich die Frage stellt, dass ich in eure heile Welt, ist das das Einzige, was zählt? Lebe lauter, let's uns schreien, lebe lauter, du brauchst nicht perfekt zu sein. Ich hasse es, wenn die Beleuchtung hinter mir so bescheuert ist. Was geht's, Leute, und willkommen zu dem zweiten Aufklärungsvideo. Ich hab's dann eben gesagt, das ist das Aufklärungsvideo 2, äh 2, die Beleuchtung ist wieder so blöd hinter mir. Und ich, 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 und ich, und es gibt kein und ich. Deshalb geht einfach nicht weiter. Ich hab was schon gesagt und ich. Bisher, was ich sehr blöd finde, ich hab Kommentare gekriegt, zum Beispiel. Echt geiles Video, bekommst ein Like und ein Abo, wäre Sinn, wenn du mich auch abonnieren könntest. Bisher kamen ganz viele von denen, also, pff, drei. Oder vier. Auf jeden Fall hab ich auf meinem Kanal nur gesehen, ich hab nur einen Abonnenten. Ich werd jetzt alle de-abonnieren. Nicht alle. Ich muss irgendwie herausfinden, für, für, für... Ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wer mich abonniert hat. Wer mich abonniert hat, kann's auch gerne unter die Kommentare schreiben. Gleich ab damit. Und, ja, die anderen werd ich dann alle de-abonnieren. Hab ich grad geiles? Hab ich nicht, oder? Ähm, also, auf jeden Fall gibt's noch zwei Sachen zu sagen. Fall mal auf, der uns Video... Ich werde was sagen. Ich werde jeden zweiten Tag, achso, heute und morgen fängt an, ich werde jeden zweiten Tag eins oder zwei Videos auf diesem Kanal machen und dann, ähm, einen Tag freilassen. und dann, ähm, einen Tag freilassen.